Okay Jungs, dann rollen wir nochmal die zweite Runde. Ja, ich komme jetzt immer unter Acht fahren. Rollen ganz easy weiter. Zieh das Tempo ein bisschen an. Temperatur in die Reifenwand. Die Reifenwand. Okay, bei zwei Kilometer schön absetzen. Auch relativ früh die Reifen fahren. Und hier wichtig auch, komplett die Strecke nutzen. Also ich bin froh, das darf ruhig mal stauben, ja. Entschuldigung. Überraschie fahren auf. Vorruf an Fahrt hier. Fahrt den Speed durchziehen können bis Ende. Husten. Husten Dach vorbei. Versuchen zurück, der Betrachtung in Richtung Wienerlochsehör. Wienerlochsehör. Wegkreuz abletzen am 10 km Schild. Ich werde nahe links ran fahren, unter Reisbremse in die Arm der Kurve, beim 1.6 dann Bremsdruck bis in eine 4. Bremse leicht lösen. So, die? Oh, ich brauche die erste Kurve noch, als ich Bremse, oder mit noch. Ich warte hier, ich ziehe in Richtung Fuchsbehörer. Und am Motorrad-Dauerschild absetzen. Rande auf dem Aufschauen. Bremse zur Vorwand, Mitte dann einlenken. Auto auf der linken Seite positionieren. Und Ausgabe, Rande auf dem Aufschauen. Anfahren. Am Entgefäß, geradezu Bremsen auf den Posten unter 3, aber außen sind einlenken. Kante Strecke nutzen. Und Früh, Ende mit Gefäll. In die Linksreihe. Auf der Bremse, in die Linkskurve. 0.1. Dort ist es nicht mehr ganz so spät wie früher, hatte ich vorhin schon gesagt. Alles vorher vollziehen, schön top 7. Bremse kohle ähnlich. Und auch in die dritte Rechte, wo ein bisschen früher einfalle von dem Posten. Trotzdem über den ersten bis zweiten Körper dieses Scheidungsamt hinterlassen. Durch Breitscheiden, kurzzeitige Körslinge-Seite einlenken, und versuch uns früh zur Befeuung links. Nichts nicht mehr los. So, was war das? Von der linken Seite auf gerade auf dem Dreieck. So, was war das? Brauch was nicht einlenken. Reise liegt zur Frühwähl. So ist FK, oder? Brauch oder Aufwärmung? Verständlich, ja, wirklich. Auf dem Raus, stehen bleibt Körslinge. So, die unteren Autor hier. Wir haben auch keine Regulierung, natürlich. Aber ich werde die Gruppe wieder zusammenkommen lassen. Können Sie hier im Grundkurve genauer anschauen. Ende Betonsteiner einlenken. Anbelagwechsel entscheidet um Finden. Wir kommen da drauf. An die Messung gestattet fahren. So, Klo-Fertag-Kurve zu der Steilstrecke. Jetzt fahre ich hier einfach kurz den Weg von der linken Seite, zum Mittig-Rechts anbremsen. Und ein Fahrtkarussell. Einfach mal der vierten Latte ins Karussell reinfallen. Und die untere Räder auf dem Beton lassen, also nicht. Unten auf die Nachwahlschale. Und das Auto sehr stark. Komplett einfach auf dem Beton bleiben. Ich werde da links und weg einlenken. Wenn der rechte Druckscheine verhindern wird. Und dann einlenken in die Schikane. Und dann einlenken in die Schikane. Vor der O8 etwa so ab. Mitte-Kurve, rechte Seite. Relativ voll. Gleiches Bild anaufrag hier oben. Und der O8 auch da nicht zu spät einlenken. Da blüße ich zu viel Geschwindigkeit ein. Und da war die Zeitung gekommen. So, wir kommen an Autofahrrad. Autofahrrad stellen, um die Geschwindigkeit auszunehmen. Das hier sieht man, dass hier den rechten Körper ist. In Richtung Kiesbach. Wir kommen jetzt von der anderen Linie fahren. Nach rechts oder. Und dann spät nach einlenken. Spätbescheide. Das ist nicht meine Variante gewesen. Aber das ist eine Variante, die man nicht gut fahren kann. So, Brötchen. Brötchenaufgabe uns auch gut an dem Radwechsel orientieren, was den Anlenkung betrifft. St. Kiesbach. Nach der Rest, Kursen. Erstmal auf. Ausholen. Auf der Posten oder ohne rechtlichen Zufahren. Zweibachstuch, Lanzgarten. Wir schauen, dass wir nach der zweiten, rechten Auto wirklich rechts positioniert haben können. Das früher überschleunigen. In Richtung Elf, der Tabellon S. Ich habe jetzt die Linie auch in die rechten, Jetzt kommt die Linie auch in die Richtung. Das wird jetzt die Linie auch in die Richtung ein bisschen schneller ausgelöst. mit einem kleinen Karussell bis unten an dem Körbrenn fahren. Bleiben kommt auch früher ein Lenkpunkt, dann wieder rausfallen. Die Abfalle muss dann in der zweiten Schalterung finden. Kurzen Beginn, Körbrenn, rechte Seite. Wechsel einmal durch, wunderbar.